Ja, bete du nur, ich will dich nicht stören. Aber mit Crouchen muss ich gestehen, kommt man ganz gut durch. Ist das vielleicht eigentlich auch die... Oh Gott, das da vorne klingt schon wieder so groß. Ja, das ist ein Spidey, oder? Ja, und ich habe... Doch, ich habe noch eine Fackel, wow, ich bin begeistert. Das sind zwei Spideys. Ja, ja, bleib nur brav da hinten. War da nicht ein zweiter? Ja. Aufpassen, dass ich hier nirgends rein humpel. Ja, sicher ist da vorne noch einer. Aber die sind halt wirklich umgehbar, wenn du vorsichtig bist. Nur nicht zu nah ran. Und jetzt verhalten wir uns mal ganz still. Ja, nee, ist klar. Nee, nee, du. Danke, ich habe schon gespendet für einen Polizei-Ball. Babys, natürlich. Ich dachte mir, was liegt denn da am Boden? Was soll es sonst sein als Babys? Ha, so. Oh, nett. Seile, nehme ich gerne. Die Babys können mir gestohlen bleiben. Passt. Wow. Natürlich, er kommt mit. War ja nicht anders zu erwarten. Äh, nein. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es lang. Hier geht es bergauf. Okay. Wie weit? Au. Ah, shit. Das habe ich übersehen. Ah, nein. Nein, nein, nein. Wir waren zu weit. Was? Äh. Hallo? Wo? Äh. Ich geht. Habe ich? Nee. Habe ich nicht. Super. Okay. Ah, hier ist. Puh. Ja, das gefällt mir schon besser. Okay, wir sind wieder hier. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir pfeifen uns erstmal Medis ein. Ähm, die Rüstung hat uns komplett runtergeratzt. Das ist ganz toll. Finde ich sehr prickelnd. Es stellt sich jetzt die Frage, wollen wir no risk, no fun gehen? Wisst ihr was? Wir riskieren es. Okay. Er ist wohl gerade in mein Gesicht geplatzt. Ich riskiere es einfach nochmal. Das. Wobei. Nein. Wisst ihr was? Wir riskieren es nicht nochmal. Wir verkrümeln uns jetzt erstmal hier aus der Höhle. Ich würde hier. Ich finde es cool, dass der jedes Mal platzt, wenn man da durch geht. Also akustisch. Er macht es ja nicht wirklich. Ich hoffe, hier ist nichts respawnt. Nein, sieht nicht so aus. Okay. Ähm. Erstes Höhenabenteuer. Naja, so irgendwie überstanden. Hat hier. Nein, leider nicht. Ja, wir brauchen eh Schädel. Fällt mir gerade ein. Ähm. Ich würde sagen, das nächste Mal, vielleicht wenn ich eine Fackel gehabt hätte, also noch eine Fackel mitgehabt hätte, dass es einfacher gewesen wäre. Ich würde hier einfach aus dem Grund, dass ich mir beim Kampf, bei dem wir jetzt so elendlich auf den Sack gekriegt haben, einfacher getan hätte, aus Gründen. Nee, weil wir einfach besser gesehen hätten. Ja, so aber nicht, mein Freund. So aber sicher nicht. Lass das. Danke. Gib mir deine Haut, ich gebe dir meine. Nee. So nicht. Atmet er noch? Naja, jetzt nicht mehr. Danke. Vor allem möchte ich nicht wissen, wie ich... Wie sie mich zerfleischt hätten, wenn ich nicht... Ähm. Hey, Genie. Alles klar bei dir? Sehr schön. Ähm. Wenn ich nicht... Der Nächste, der Mut mit Leichtsinn verwechselt. Ernsthaft, Kinder? Ist heute Tag des bitteren Untergangs? Sieht so aus, oder? Mir kommt's so vor, als ob... Ach, du bist's. Sag das doch gleich. Glaubst du jetzt, dass ich vor dir Respekt hab, oder was, weil du groß bist? Ups. Guck mal. Alter. Lass das. Bin vielleicht nicht der Beste mit dem Pfeil und Bogen, aber dich treff ich noch. Siehste? Ja, Genie. Hau drauf. Ja. Du darfst schießen. Ich geb dir die Erlaubnis. Braves Mädchen. Dankeschön. Da krieg ich meine Pfeile wieder. Danke. Danke sehr. Ähm. Gutes Mädchen, Genie. Gutes Mädchen. Kann's sein, dass es schon wieder dunkel wird, oder bilde ich mir das nur ein? Hallo, Reh. Ähm. Nein. Diesen hier wollte ich. 17.42 Uhr. Tatsache. Hm. Druckerharz werden wir brauchen. Ähm. Dann hätte ich gesagt, wir machen uns mal auf den Heimweg. Bevor es ganz dunkel wird. Ich meine, es ist ja eh schon dunkel, aber bevor es noch schlimmer wird. Hallo, Reh. Gut. Der erste Höhlenausflug. Ich würde jetzt mal als schnelles Fazit sagen, ernüchternd, aber nicht ganz, ähm, wie soll man sagen, nicht ganz katastrophal. So wollte ich sagen. Warum haben wir die noch nie gegessen? Keine Ahnung. Ähm. Hallo, mein Freund. Kann ich dir helfen? Die Klingle ist auf der anderen Seite. Danke. Weißt du was? Weißt du was? Komm mit rein, wir haben noch Kaffee über. Danke. Ähm. Hier. Leg dich ans Lagerfeuer. Äh. Pass auf, dass du dich nicht verbrennst. Oh. Blöde Geschichte. Tja, was soll ich machen? Ich mach Knickknack. Knack. Knack. Perfektestens. Und hier brauchen wir auf jeden Fall, nein, das Baumenü. Genau. Das wollte ich nämlich. Ähm. Hier für ein bisschen Licht sorgen. Wo geht's? Hier geht's. Ja, sehr schön. Das ist sehr schön. Ähm. Der Schädel für die Schädellampe war, glaube ich, hier, oder? Ja. Dann haben wir erstmal wieder Licht in unserem Lager. Das ist auch kein Fehler. Hallo, Kev. Wie war dein Tag? Huch. Wie war dein Tag? Ja, so anstrengend. Musstest du den ganzen Tag am Feuer sitzen, weil ich nicht zu Hause war, oder wie? Ja, sehe ich. Sehe ich. Sehe ich. Hier mal. Mal ein paar Steinchen ablegen. Mal aufräumen hier, wie es hier aussieht, wie bei Hamperson und am Sofa. Abgesehen davon, dass wir das ganze Zeug brauchen können. Äh, war ich nicht gerade hier? Ja, sieht so aus. Ähm. Wir haben dann mal hier Batterien schon wieder voll, okay. Die wollen wir dann mal ablegen. Ähm. Jetzt können wir auch genau diesen hier machen. Wir haben aber gar nicht mehr so viele Fackeln. Ähm. Hier ist Essen. Hier sind Crafting-Sachen. Munition. Ähm. Hier. Batterien sind wir schon wieder voll. Ah, die Pouches müssen wir auch aufmachen. Zeitbombe. 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 Ähm. Draht. Oh Gott. Duct Tape ist das, hoppla, ist das hier? Nee, aber die Uhren sind hier, oder? Uhren können wir ein paar hier lassen. Pfeile würde ich nicht nehmen. Ah, okay, jetzt ist es voll. Jetzt sehen wir eben genau, was reinpasst. Draht und Uhren. Und Batterien im Notfall. Gut. Dann lass mal kurz mein Inventar durchgucken. Folie haben wir mit. Seile haben wir zwei. Die würde ich gern gleich verwursten. Ähm. Dosenfutter reicht eigentlich eines, wenn wir mitnehmen. Eine Feldration reicht auch. Zwei Dosen Getränke. Ach, okay. Geh würde ich auch tun. Seile haben wir einiges. Ähm. Munition und... Waffen. Zwei Granaten. Eine Zeitbombe. Ähm. Ich tue mal die Golfbälle hier rein. Mal gucken, wie viele man da lagern kann. Ähm. Zwei C4 Ladungen. Was ich damit alles mache, weiß ich auch noch nicht. Ah, wir werden sehen. Gut. Jetzt wollen wir... Acht. Zwei Seile. Und zweimal Klebeband. Damit wir wenigstens wieder ein bisschen Rüstung haben. Ja. Perfekt. Dann abgesperrt. Gespeichert. Ich muss nur kurz was trinken. Und... Gerüstelt. Guten Morgen, liebe Welt. Hier können wir mal aufsperren. Dann würde ich als erstes... Das war jetzt das Rotten. Natürlich. Das musste doch passieren. Ja. So kann man es auch entsorgen. Ja. Dann mal was trinken. Ordentlichen Schluck diesmal nehmen. Ja. Ja. Perfekt. Dann nehmen wir zwei Fleisch mit. Die sind nicht rotten. Okay. Und... Dann... Würde ich sagen... Wir begeben uns mal zu dem Punkt da hinten. Ähm... Kev. Wie sieht's aus? Willst du mitkommen? Folgst du mir? Ne, er geht jetzt schon weg. Interessiert ihn gar nicht. Okay. Ich nehme noch ein paar Federn mit. Hallo, Re. Apropos Federn. Wie sieht's mit Pfeilen aus? Nicht gerade rosig. Ich glaube, ich habe jetzt überall... Außer bei den Stickies zu viel erwischt. Habe ich mich jetzt... Gerade... Ja. Du wirst tatsächlich blutig. Wenn du sie zusammenknüppelst. Ähm... In diese Richtung wollten wir. Ich wollte gerade sagen, habe ich mich jetzt ernsthaft dabei verletzt, die Pfeile zusammenzubasteln. Aber es sieht wirklich so aus. Und ich hätte gesagt, wir nehmen die Straße da oben. Mehr oder weniger. So als Anhaltspunkt. Mit den Eingeborenen können wir uns aufhalten, wenn wir wollen. Ähm... Mit den Kannibalen würde ich jetzt nicht so sehen. Die würde ich eher umgehen. Um es mal so zu sagen. Da vorne ist der Weg. Perfekt. Kev kommt eh schön brav mit. Da müsste er... Oh! Guten Tag! Die Hin- und Herrschaften. Ihr tut mir nix. Ich tue euch nix. Ihr kennt das Spiel. Ihr verfolgt mich. Ihr beißt ins Gras. Ja. Okay. Ähm... Ginny ist da drüben bei der Höhle. Okay. Oh! Guten Tag! Hoppla! Sorry. Das mein... Wo hast du den Pfeil hingetan? Du trägst Haut, mein Freund. Steht dir nicht so. Danke. Danke. Mein Pfeil. Danke. Äh... Madame. Keine Angst. Du bist gleich bei ihm. Wo ist der Jango da oben hin? Ach! Hier! Guten Tag! Darf ich meinen Pfeil wieder haben? Dankeschön. Ähm... Ja. Ich sag ja... So wie ich in der Höhle eigentlich... Was auch immer da jetzt rausgespawnt ist. Oh! Ich kann keine von den Pouches mehr tragen. Das geht ja gar nicht. Nice. Und... Duct Tape! Uh! Oh! Ist zwar jetzt immer das gleiche gewesen, aber... Ja, okay. Duct Tape kann ich immer brauchen. Oh! Das wären einige Pouches gewesen. Ähm... Dann nehmen wir nochmal... Drei. Gucken wir mal. Gibt es jetzt was anderes? Medis. Okay. Okay. Ne Auster. Gleich weg damit. Ähm... Okay. Den Suppentopf kann man nicht zerstören. Oder nicht mehr. Das ging doch. Seile. Ja, danke. Seile und Stoff. Danke. Seile und Stoff. Sehr schön. Ähm... Ansonsten... Hier ist noch... Oh! Danke, meine Lieb... Ne... Geh! Kann ich den nicht... Eben! Ich will doch nur sein Bestes. Seine Rüstung. Und... Rauf mit dem neuen Fetzen. Dankeschön. Ähm... Musik Mit dem neuen Fetzen. veryavia Das war ja お 113- prossiger. Auseinigo. Es ist auch schon ein Und das war eigentlich